so gym time heute abend training wieder im heiß beliebten mac fit und schauen mal was heute geht wenige wochen noch bis zuvor also bis zum start natürlich vorbereitung befinde ich mich und von daher wünsche ich viel spaß für das ein oder andere training was ihr dort natürlich mit abschauen könnt so also arm training ganz gewöhnlich erst trizeps dann bizeps ich fange an mit french press gewöhnlich drei sätze zwei erwärmungssätze ein belastungssatz und zwei auspumpfsätze und dann Untertitelung. BR 2018 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 So, weiter geht's gewöhnlich. Mit Tricep auseinanderziehen, also am Seilzug das Ganze. Hier wichtig, über den gestreckten Arm wirklich nach hinten führen, über den Ellenbogen geführt. Und immer den Schwerpunkt auf den hinteren Anteil, also auf den Laterales. In diesem Sinne, in Dreisitz. Untertitelung. BR 2018 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 So, vorletzte Übung. Enges Bankdrücken. Einfach nur nochmal den anderen Antap und Trizeps zu reißen. Drei Sätze jeweils. Ein Auspunssatz. Und dann kommen die heiß beliebten Dips, die natürlich nochmal die sogenannten Auspunssätze geben. Untertitelung. BR 2018 So, if you want some honey, I'll never let you down. I'll be honest, ain't nobody need to have no pity on me. Oh, don't go tripping on me. I never set me down. Run up on me, I keep rolling. I flow like butter, baby. Oh, ever since I learned how to run. Come on, have. 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 Come Ever since I learned how to ride I've been on the ride of a lifetime So, the last exercise for Tri-Ceps Dips We start with two pressure sets, two pressure sets Depending on whether you can take the weight or not Try it out, especially for the Contraption very important So, the last exercise for Tri-Ceps Dips 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 Ganz gewöhnlich geht es weiter mit Bizeps, also wir fangen an Dual Bizeps Curls, 2 Wärmungssätze, 3 Belastungen, 1 Auspumpssatz, dann gehen wir rüber isoliert, Bizeps und dementsprechend am langen Arm, vielleicht ist das für den ein oder anderen wieder eine andere Übung und dann zu guter Letzt machen wir noch die Auspumpssätze unten an der Maschine, da achten wir darauf, dass wir wirklich von der Neutralstellung in die Punite halten gehen, in diesem Sinne. ken- Na 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 So, vorletzte Übung, ganz klar isoliert das Ganze, d.h. wir suchen uns eine feste Aufladenfläche, beide Füße parallel, jetzt über den Druckpunkt des Ellenbundes, d.h. der Drehpunkt ist immer soweit fixiert und dann arbeiten wir nur aus dem Bizeps-Rachy, also aus dem langen Anteil, der mit der Bizeps-Kopfsehne oben an der Schulter endet, indem wir einfach diese langsame Bewebung machen. Das Ganze erstmal moderat, um einfach in eine Bewebung zu kommen, könnt euch auf der Gegenseite leicht abstützen. Der Vorteil an dieser Übung ist ganz klar, immer aus der Ruhelänge zu arbeiten, d.h. wir haben die volle Spannung und die volle Range of Movement. Das Ganze ist ganz klar, immer aus der Ruhelänge zu arbeiten, d.h. der Drehpunkt ist ganz klar, immer aus der Ruhelänge zu arbeiten, der Drehpunkt ist ganz klar, immer aus der Ruhelänge zu arbeiten, d.h. der Drehpunkt ist ganz klar, immer aus der Ruhelänge zu arbeiten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020